so und für mich geht es immer weiter zurück in der story und in der history jetzt sind wir im allerersten teros nicht zu wechseln mit teros beyond death sondern wirklich im allerersten teros ich weiß gar nicht ob überhaupt irgendwas drin ist leaf crown dryads 202 mit bestow das heißt man kann die als verzauberung spielen nicht als kreatur sondern als verzauberung als auger um genau zu sein und die hat reach und die verzauberte kreatur gericht plus 2 bis 1 reach grey merchant nice grey merchant of us for the 5 mana 2 4 wenn ein spiel bekommen findet jeder geht nach x leben man bekommt x leben wie oft er so viel leben wie auf diese weise verloren wurde und das x ist die höhe anzahl der devotion zu schwarz da ist gute karte ill temperate cyclops 4 mana 3 3 trampeln mit 6 mana man die kriegt plus 3 plus 3 kriegt 3 plus 1 1 man so ist es richtig cavalry pegasus 2 mana 1 1 fliegend und wenn es angreift kriegt jeder angreifende human fliegen bis wenn es zu groß ich weiß nicht ob das nämlich um dex mal gespielt wurde na ilyas presence 2 mana man verzauberten land wenn man das ins spiel kommt zieht man eine karte und das verzauberte land ist jeder basis land typ as for the wanderer 1 mana 1 1 für drei männer regenerieren die guten allen skeletten warriors fast als bounty sechs mana sorcery man zieht drei karten und ein spiel eurer wahl muss die obersten drei karten seines decks in frito pflegen du hättest severus drei mana 1 2 doppelschlag gar nicht mehr so bad staunch hearted warrior vier mana 2 2 heroic das heißt immer wenn der mit von irgendeinem spell getargetet wird kriegt der plus 2 plus 1 1 machen ganz gut traveling philosophers zwei mana 2 2 human advisor gute karte nicht coordination assault ein mana instant bis zu zwei kreaturen kriegen plus 1 plus null und erst schlag bis mindest zu ist ich glaube die habe ich neulich sogar in ihrem deck gesehen sealock monsters fünf mana 5 5 kann nicht angreifen es sei denn die jäten hat eine insel und für sieben mana kann da drei plus 1 plus 1 marken drauf machen drauf kommen können kommen da drei plus 1 man drauf und wenn der monströs wird dann wird ein land insel zusätzlich das heißt dann darf schnell ist es dann darf das ding angreifen und zuletzt dann kamen triton fortune hunter drama 22 wenn man zauber spielt der den tag hat davon eine karte ziehen und unsere rest temple of triumph kommt getappt ins spiel scry 1 und ihr könnt etappen für ein rotes oder weißes wir haben irgendwie aktuell so ein rot-weiß fetisch dementsprechend sehen wir uns beim nächsten mal bis dahin ablich seht tschau tschau abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol Vielen Dank.